It's okay, I don't wanna find you. Meist du, wird jetzt anhänglich? Sie hat sich entschuldet. Entschuldigt? Sie hatte Angst, dass ich denke, sie nutzt mir aus. Mein Freund Thomas und ich gehen zur Therapie. Das hier sind unsere Grundregeln. Wir sind bei keinem sozialen Netzwerk. Wir wohnen in Großstädten, haben jedermanns Namen und ganz normale Jobs. Um Frauen kennenzulernen. Das ist die perfekte Kreuzung aus einer intensiven Beziehung und einem One-Night-Stand. Das ist... Das können wir nochmal machen. Das haben wir bei unserer ersten Zigarette auch gesagt und jetzt... Das wären wir bei deinen Lungenkrebs, genau. Scheiße. Bert, der Designer aus Mitte. Christian Schnell, Cheftierpfleger. In welchem Zoo arbeitet ihr eigentlich? In Innsbruck, im Alpenzoo. Ich hatte gerade ein kleines Eisbär-Baby mit der Flasche großgezogen. In einem Alpenzoo nicht nur Alpentiere? Ich meine ja auch Alpen-Maisbären. Justus V, Herzchirurg. Ah, das war ja eine schnelle Umschulung. Therapie-Crasher-Regel Nummer 3. Die Lebensläufe können nicht verkoxt genug sein. Ich hatte eine Zwillingsschwester und im Bauch meiner Mutter gestorben. Deswegen habe ich Angst, mir immer viel zu viel zu nehmen. Ich möchte, dass du langst, ihn nehmen. Regel Nummer 8. Gehe immer auf deinen Partner ein. Ich habe dir auch das Gefühl genommen, etwas aus eigener Kraft zu schaffen. Sag nochmal Nein zu mir. Da nicht so gerne. Ich hör dich nicht. Na, zieh wieder raus, bitte. Therapie-Crasher-Regel Nummer 10. Halte dich bloß fern von deiner Ex. Nein! Nein! Na, wie geht's dir? Und die wichtigste Regel von allen, verliebe dich niemals in deine Teilnehmerin. So ist es gut. Na toll. Dann püsst du ja auch nicht gleich. Und du bist der Erste, der sich bei mir überhaupt nicht versteht. Wir stellen eure sexuelle Beziehung auf. Ist doch nicht normal. Dann stelle ich dich, Bernd. Was bin ich nochmal? Du bist das Schlafeglied. Entschuldigung, das Schlafeglied bin ich. Was muss ich tun, damit das aufhört?